Ab Du bist wohl ein Natur-Talent, Jungchen. Das ist nur etwas anderes. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom schwarzen Tor. Das schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt russlos. Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Ich fahre mich, was der... Ja, das ist total. Wir holen die Zwerge runter. Der Kata, du kümmerst dich um den Dreck. Das stimmt. Früher war das Land gröner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie Walen Mordor. Ja. Da kannst du die Parador reiten. Wenn du wachst. Hötet die Parador! Nom 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 nom. Hele. Damit laufen. Da kannst du nicht mehr летieren. Er war das Borde. Drei. Eigentlich schlägt. Spann es vom Nacken mehr. meiner 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 Das wird schon. Was ist knapp, Knaus? Das ist ein Eiskalper mit hier. Schnitzel, 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 Schnatzel, Schnitzel, Schnitzel. Das ist für deine Klinge! Das ist die Einheit nicht! Aha, gefesselt. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Ich werde dich mehr schmecken lassen, Zwerg! Torven braucht Hilfe. Du hast seine Aufgaben erledigt und... Macht in die Beine! Was hat der Ritter auf einem Karagor mit einem Graub zu tun? All diese Fragen, Junge! Ich dachte, du solltest Anweisungen nur folgen! Du beanspruchst meine Geduld, Torven! Pass genau auf! Und ein Weg will Respekt für die Bestie! Um sich dem Graub zu stellen, braucht man weiß, was stärker! Hä? 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 Fänkern! Auf der Gart verdient man sich Respekt! Und der Weiß! Vielleicht könnte ich nochmal mit meinem Herr anbringen! Abwarten, Torven! Aber man könnte einiges im Kampf auf jeden Fall machen! Denn der Schattensprung... Ich habe manchmal mit meinem Karagor bei sich! Und man nutzt diesen Schatten-Ding... Der Zwerg ist weit weg von zu Hause! Nicht alle, die wandern, sind verloren! Das hier... Krauk-Jäger! Nein, das ist es nicht! Schatten aufsitzen, da ist es! Und das ist, was man eigentlich ganz geil so... draufsetzen kann! Äh... Joa, machen wir den, ne? Sind wir schnell damit fertig! Darfst du ein bisschen austoben hier! Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht! Nein! Im Gegenteil! Ich trage selbst ein Paar! Hahaha! Sicher! Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Hahaha! Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig! Meine Narben verlaufen äußerst tief! Na! Der mächtige Krauk! Hat mir die hier verpasst! Außerdem... Hat er meinen Jagdgefährten erwischt! Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen! Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon! Hahaha! Hahaha! Kleine, kleine Zwergte! Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Kräber entschießen als Vorbereitung für den mächtigen Krauk? Du willst Krauks jagen? So sei es! Aber nicht irgendeinen! Das ist ein seltenes Exemplar! Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen! Und du und ich, wir sind Eindringlinge! Sag, Jungchen! Hast du je einen Grauk erlischt? Ja, immer! Jetzt sprichst du wie ein Jäger! Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen! Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben! Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen! Den habe ich, Jungchen! Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt! Erster Schritt! Wenn er an einem Uruk naht, schleicht dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten! Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauchs nicht mit stacheligen Schuppen übersät! Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt! Ich soll mich an die Bestie heranfirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalm zu werden, ja! Ja! Da ist er! Was für ein prächtiges Exemplar! Das ein prächtiges Ende findet! Halt, Schiff gedrückt und nicht... so Es wird vielleicht ein Rett. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Schieß ihm in den Kopf. Das klingt recht einfach. Aufsitzen, Junge. Hey, du. Ich habe schon größere Graux erlebt. Da war ich noch ein Junge. Ein Haftrecht. Schritt rein. Schieß ihm in den Kopf. Was ist Schritt 4? Ich habe eine Idee. Was du auch nur darfst. Kannst du das nicht aufmerken? Ich habe eine Idee. Feuer ist. Einfach rennen. Einfach rennen. Ich habe keinen U-Rucks fressen. Ich habe keinen U-Rucks fressen. Leinen. Guck. Sein Leben endet durch den Stich meiner Klinge. Das war's für heute. Spannende Musik Machen wir das so. Basta y Basta. Perfekt. Aber machbar. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast es schnallt. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Perfekt. Die Finster des Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt. Hier ist die neuen Ringe mit den Menschentaten. Sie sind unbeutsam wie Stein. Und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Gut, und für uns heißt es Der große weiße Grauk. Der große weiße Halle nehmen wir den großen weißen Grauk an sich. Der scheint näher zu sein eventuell. Vielleicht auch der obere, aber das wäre jetzt egal. Das Wichtige ist der große weiße Grauk. Was ist fehlt? Ich weiß jetzt, was fehlt. Im Flug zu schießen. Über den Punkt haben wir Verbesserungen. Oh, noch ein paar Punkte fehlen. Shit. Na, gehen wir erst da hin. Schüttel die Ketten des dunklen Herrschers ab. Das hat uns paar Schritte bespart. Guck, der große weiße Grauk. Oh, schönes Viech. Guck, der große weiße Grauk. Und ich muss nicht auf den Grab halten. Ach, das ist dir Zeit, Jungchen. Wenn wir Glück haben, stirbt der Grauk an all das Schwäch. Lass den Bastard noch durchgehen. Hahaha. Nein. 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 Wiederholen. Hasse es. Bis zum nächsten Mal.